Herzlich Willkommen zu unserem Malteser Impuls on Tour. Mein Name ist Pater Michael und gemeinsam mit Martin Schelenz von der Malteser Pastoral dürfen wir ein neues Format ausprobieren. Corona zwingt auch uns über neue Wege nachzudenken und das ist was Positives. Wir können uns mal verändern und wir wissen noch nicht ganz genau wie das funktionieren wird. Wir sind also auch auf der Suche und am Ausprobieren. Seien Sie also gespannt. Denn wir haben vor, dass wir von Malteser zu Malteser Dienststelle ziehen, schauen und berichten, was Sie vor Ort alles Gutes leisten. Und so sind wir heute Morgen zum Beginn unserer Reihe bei unserem Dözesanleiter Josef von Beffer-Förde. Liebe Malteser, wer hätte das je gedacht? Deutschland, Europa und die ganze Welt wird bedroht von einer Krankheit, die insbesondere die Alten und Schwachen trifft. Frau Merkel hat einmal gesagt, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir in diesem Fall mit ihrer Hilfe, mit ihrem unbedingten Willen sich einzusetzen für Schwache und Bedürftige. Ich danke allen Maltesern im Haupt- und Ehrenamt. Es mag ein wenig paradox klingen, aber in dieser Zeit ist der Abstand zum nächsten der beste Schutz vor der Krankheit. Gott schütze sie und bleiben sie uns verbunden. In diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir aufeinander achten und zusammenstehen. Ich lade sie ein, gemeinsam das Gebet Jesu zu sprechen, was er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sehen uns nächsten Montag. Bleiben Sie gesund.